hey leute und willkommen zu einem ganz kleinen infovideo nur ich wollte nur euch eben kurz sagen dass heute das letzte mal jetzt erstmal wieder kein badwurst kommt weil es in den letzten teilen tatsächlich noch ein bisschen alles durcheinander kam dafür kommt morgen wieder eine ziemlich dicke folge mit facecam und allem drum und dran ja also könnt ihr euch schon mal auf morgen freuen das war nur als kurzes kleines infovideo gedacht um euch nicht ganz allein zu lassen wir jetzt falsch ja irgendwie so halt und genau morgen kommt wieder bvp wo es ja 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 und ja dann könnt ihr euch auf morgen freuen und wir sehen uns beim nächsten mal wieder haut rein und